Sieht so aus, als wäre Brad Pitt nicht mehr der einzige Frauenschwarm im Hause Pitt-Jolie. Angeblich erzählte Angelina Jolie Entertainment Tonight, dass ihr zwölfjähriger Sohn Maddox bereits mit Mädchen ausgeht. Um genau zu sein, handelt es sich um eine Distanzbeziehung. Angeblich sagte Angelina, er geht aus. Er hat eine Freundin, sie ist klasse, ich werde ihn nicht blamieren. Sie ist süß, sie lebt in England, sie ist sehr cool. Aber Moment mal, wie kann Maddox denn eine Beziehung mit einem Mädchen führen, wenn der gesamte Atlantik dazwischen liegt? Oh, ja richtig, wenn sich eine Familie damit auskennt, um die Welt zu jetten, dann diese. Und da Brad und Angelina schon beide oft in England gedreht haben, sind sie wohl immer bei einem Trip dabei. Angelina erzählt E.T., wir fliegen so oft wie möglich. Es ist wirklich süß, sie ist eine tolle Lady, ich bin so froh. Bislang läuft alles gut. Und natürlich, da sind wir sicher, benutzt Maddox, FaceTime, Skype und all die anderen Kommunikationsmöglichkeiten mit seiner Freundin. Natürlich erst nach den Hausaufgaben. Einfach imkalenuating mit seiner Freundin. Vielen Dank.